Und damit herzlich willkommen zum zweiten Teil von Mission 23, der Väterfreunde, alte Feinde-Kampagne. Ein fairer Handel, Teil 2. Letztes Mal haben wir das Lösegeld, also nicht selbst aufgetrieben, also wir haben jetzt das Geld aufgetrieben, um den Wolf, den König abzukaufen, weil wir den haben wollen, um den dann später wieder zurückkaufen zu lassen vom Protagonisten. Ihr wisst Bescheid, wie der Hase läuft. Bin ich, äh, verstehe ich es auch. Ähm, erreiche die Flagge. Die Armee des Wolfs ist einfach zu groß, deshalb stürmen dessen Truppen den zweiten... Achso, das ist es. Das ist tatsächlich einfach... Was macht sich persönlich auf dem Weg zu... Äh, um den König auf der Barbaren zu übergeben. Das ist exakt die gleiche Beschreibung, ne? Ah, da ist Reisen und Reißen verändert worden, aber ansonsten ist es das Gleiche. Okay, gut, dann verhandelt Teil 2. Erreiche die Flagge. Sie haben uns gefunden, Sir. Unsere Vorposten berichten, dass der Feind das Flusshofer erreicht hat. Ähm... Einen Moment mal, also hatten wir nicht... Also, verstehe ich, das ist richtig. Wir sind der Wolf. Okay, wenn ich das richtig interpretiere, bedeutet das höchstwahrscheinlich... Weil vorhin hatten wir ja auch schon diese Banditen, die hier standen. Aber ich glaube, das sind jetzt nicht die Banditen. Ich glaube, das hier sind jetzt Lord Wulzacks oder Solong Arms Truppen. Also wahrscheinlich Lord Wulzack. Ich nehme mal an, wir kommen als Wolf, um das Lösegeld zu holen und den König zu übergeben. Und Lord Wulzacks Truppen haben sich in den Weg gestellt, um den König zurückzuholen. Ich nehme mal an, dass das... Das... Das ist, was wir hier sehen. Und das, was wir vorher gesehen haben an den hellblauen Truppen, waren nicht Lord Wulzacks Truppen, weil es würde nicht wirklich Sinn ergeben, dass die, ähm... Die Banditen beschützen, die das Lösegeld auftreiben. Außer, die haben sich da auf die Lauer gelegt und wollten nicht großartig auffallen. Das kann natürlich auch sein, dass die einfach nur auf der Lauer waren, ohne auffallen zu wollen. Und sich nicht mit den Banditen angelegt haben, einfach weil die dem Wolf die Falle stellen wollen. Das kann natürlich auch sein. Okay, ähm... Ja, wir sind jetzt hier als Wolf tatsächlich. Ja, es ist interessant, dass wir jetzt diese Perspektivwechsel haben und nicht mehr nur als die Guten spielen, sondern wirklich mal als diese, äh, diese Barbaren, die, ähm, quasi den König haben wollen und dann jetzt als der Wolf, der den König übergibt. Auf jeden Fall eine coole Sache, ähm... Komm, äh, zack und zack. Bitte kommt mal gegen. Da wird jetzt gefeitet. Ihr wisst, jetzt wird wieder die Knubbelkunde ausgepackt. So, Knubbeln! Manchmal hilft nur Hünderfutter. Ja, überall. Aber hauptsächlich frontal. Was ein Gefecht, ey! Wir müssen jetzt einfach nur... Wir müssen die Flagge erreichen. Also, wir müssen dahinter, ja? Um den König abzugeben. Alles klar, dann tun wir genau das. Wir haben einen Baumeister. Warum haben wir den Baumeister dabei? Ist das unser Gefangenenmanager? Na, es ist unser Hünderfuttermanager. Alles klar, ich verstehe. Ähm, ich würde gerade sagen, hi. Was läuft? So, räumt mal bitte frei. Ähm... Ja, okay, jetzt kämpfen die auch gegen die... Die sind jetzt... Die sind auf unserer Seite. Die kommen jetzt einfach entgegen. Aus Gründen. Äh, wo geht ihr hin? Was gibt's? Leute. Bewegung! Wohin los! Eure Befehle? Die hauen einfach ab. Die Klingeln sind geschärft. Seid gegrüßt. Die haben bestimmt den... Die haben die... Die haben die Kohle genommen und hauen ab. Bin zur Stelle. Wir sind bereit. Das wäre so ein Plot-Twist einfach. Ich kann schon sagen, lustig, wie die Eisminen vom letzten Mal noch stehen. Aber nee, nee, ist einfach so zufällig, dass die Sachen jetzt hier so aufgebaut sind. Was wünscht ihr? Ah, ja. Ja. So war es gedacht, wie man sich aufbaut. Ja, sogar einen Brunnen gebaut. Gut, jetzt müssen wir es geschafft haben, ne? Okay, das ist jetzt eine sehr, sehr kurze und schnelle Mission. Rein theoretisch. Ja, wunderbar. Das war's. Jetzt haben wir quasi den König abgegeben und das Geld mitgenommen. Ähm... Streng genommen könnte ich beide Teile in eine Mission packen, was kurz genug ist. Aber jetzt habe ich mich schon dazu entschlossen, auch so von meiner Folgenstrukturierung und wie ich die Folgen eingeplant habe, dass die so einzeln kommen. Von daher könnt ihr da ein Auge zudrücken. Dafür mache ich ja Missionen, die gut eine Stunde gehen, auch in einem Rutsch. Oder manchmal sogar bis zu zwei Stunden. Von daher haben wir jetzt einfach mal zwei Teilmissionen, die einzeln sind, eben sehr, sehr schnell sind. Dafür haben wir bald wieder Missionen, die höchstwahrscheinlich wieder eine Stunde aufwärts gehen. Von daher, gönnt mir mal kurz die paar kurzen, dass ich mal ein kleines bisschen vorproduzieren kann, weil das brauche ich nämlich gerade, weil ich kaum mit den Folgen hinterher komme, weil ich so viele Projekte gleichzeitig habe. Ich erwische mich jede Woche, also ich merke jede Woche, dass ich einen Tag zu wenig habe, um alle Aufnahmen zu machen, die ich machen will. Und ja, das kommt mir gerade ein bisschen zugute, dass die gerade ein bisschen schneller gehen. Dann vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal bei Mission24. Alles Gute kommt von oben. Bis dahin. Bye-bye.